Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Markus Dörfler. Ich habe heute die große Freude, ein wenig über Datenschutz und Cloud-Kongebung zu erzählen. Kurz zu meiner Person, ich bin Rechtsanwalt in Wien. Ich bin auf IT-Recht, Datenschutzrecht und Immaterialküterrecht spezialisiert. Das heißt, ich mache im Wesentlichen nichts anderes als nur in diesem Bereich. Ich habe in Graz und Linus U studiert, habe dann noch ein Masterstudium in Wien gemacht für Informationsrecht und Rechtsinformation und habe während und vor meinem Studium in etwa 10 Jahren Programmierer und Systemtechniker gearbeitet. Für den Fall, dass daher irgendwelche Fragen heute kommen, technische Natur, ich stehe hier gerne zur Verfügung und man darf mich ruhig ein bisschen fordern. Kurz zum Vortrag heute. Erstens einmal, ich werde einen ganz, ganz, ganz kurzen Abriss vom Datenschutzrecht machen. Man kann ein ganzes Semester damit füllen und wird nicht fertig werden. Das wird heute alles sehr gestrafft werden. Bitte daher, wenn es Fragen geben sollte, einfach Zwischenfragen, weil die Dinge aufeinander aufbauen. Ein kleiner Disclaimer noch von meiner Seite. Ich gebe hier einen Überblick. Das kann niemals eine Rechtsberatung ersetzen. Wenn Sie hier hinausgehen und dann sagen, aber er hat da drinnen gesagt, ich sage Ihnen gleich, ich hafte dafür nicht. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach nachher zu mir und wir können das dann im Vier-Augen-Gespräch klären. Wir Rechtsunwörter sind ein bisschen vorsichtig. Ich habe, wie ich diesen Vortrag zusammengestellt habe, habe ich das ursprüngliche Programm gelesen, das, was ich hier eingekippt habe. Ich habe es etwas geändert. Also das, was im Programm drinnen steht, stimmt zwar vom Inhalt her. Ich habe aber den Aufbau geändert, nämlich dahingehend, weil die Zeit so kurz ist, dass ich Ihnen einen Grundriss vom Datenschutzrecht gebe und gleichzeitig die Probleme des Cloud-Computing darlege. Hängt einfach damit zusammen, wenn ich Ihnen vorher etwas erzähle und dann hinten nach das Cloud-Computing herausstreiche, ist das unter Umständen ein bisschen unübersichtlich. Gut, fangen wir mal an. Wir reden heute nach einer kurzen Einleitung davon, welche Daten überhaupt geschützt sind. So einen ganz groben Grundriss vom Datenschutzrecht und dazu die Rechtsprobleme des Cloud-Computing. Einleitung, ich rede nur vom österreichischen Recht, Basis davon ist das Datenschutzgesetz aus dem Jahr 2000. Das passiert im Wesentlichen auf einer Richtlinie der EU. Das heißt, was ich hier jetzt zum österreichischen Recht sage, wird unter Umständen oder über weite Teilen auch im restlichen Europa gelten. Das heißt, wenn Sie aus Deutschland kommen oder deutsche Rechtsfragen haben, es wird vermutlich, ich betone vermutlich, ähnlich zu lösen sein. Gut, ich gestehe, es tut mir furchtbar leid, ich habe es mit PowerPoint erstellt und irgendwie habe ich das Open-Office-Format. Deswegen die zusätzlichen Punkte, man möge es mir bitte nachsehen. Ja, nicht ich, ich habe es unter Open-Document-Format gespeichert, aber Microsoft ist schuldig. Erstens einmal, wir reden von einem Grundrecht, das ist ganz so etwas Besonderes. Wir haben ein Grundrecht auf Freiheit, ich darf nicht einfach eingesperrt werden und es gibt auch ein Grundrecht auf Datenschutz. Das bedeutet, ich als Person habe die Hoheit über meine Daten, ich kann festlegen, was mit meinen Daten passiert. Dieses Grundrecht ist einmal die Basis und dann gibt es dort so gewisse Ausgestaltungen, wie man dieses Grundrecht verstehen kann und was man mit diesem Grundrecht alles machen kann. Aus diesem Grund, weil wenn ich sage, okay, ich habe ein Grundrecht auf meine Daten und was mit meinen Daten passiert, das ist zwar großartig, aber ich muss das ja irgendwer als Einzelner auch durchsetzen können. Deswegen gibt es ja auch ein Grundrecht auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung. Das ist eine, da fängt es bereits an mit dem Cloud-Computing. Das große Problem, was ich habe als Betroffener, das Datenschutz gesagt spricht immer von einem Betroffenen, das ist das Individuum, dessen Daten verarbeitet werden. Als Betroffener habe ich ja keine Ahnung, wer eigentlich wo meine Daten verarbeitet. Deswegen ist das für mich immer wesentlich der räumliche Geltungsbereich. Da spielt er immer mit hinein. Wenn ich Österreicher bin und ein Unternehmen meine Daten verarbeitet, dann habe ich ein Recht, bei dem Unternehmer nachzufragen, was passiert eigentlich mit meinen Daten. Was ist das Grundrecht auf Auskunft? Wenn der falsche Daten verarbeitet, dann kann ich hingehen und kann sagen, mein lieber Freund, die Adresse, die du von mir verarbeitest, ist falsch. Ich habe ein Recht darauf, das kann ich sogar gerichtlich durchsetzen, dass meine Adresse richtig gestellt wird. Und ich habe auch das Recht, die Daten zu löschen, bzw. löschen zu lassen, wenn die Daten zu Unrecht verarbeitet worden sind oder wenn der Zweck der Datenanwendung erfüllt ist. Dazu komme ich dann gleich. Also wenn einfach der Grund, weswegen die Daten verarbeitet worden sind, wegfällt. Gut. Die Frage ist, damit wir mal, ich versuche das ein bisschen im Prinzip zu gestalten, damit wir uns einmal alle vom Gleichen reden. Wer glaubt, dass von diesen Beispielen hier das Datenschutz anwendbar ist? Bei einer Datenbank mit Geschäftsbriefen. Wer glaubt, hier ist das Datenschutzgesetz, kommt überhaupt zur Anwendung? Hand hoch. Gut, das ist ein kleiner Teil. Eine Datei mit Namen. Ich habe einfach nur eine Textdatei und dort stehen untereinander einfach Namen drinnen. Wer glaubt, dass hier das Datenschutzgesetz zur Anwendung kommt? Das sind ungefähr die gleichen Leute. Gut. Ich habe bei mir am Tisch ein, so wie es in den 70er Jahren üblich war, ein kleines Schachtel mit Kärtchen. Und dort drinnen habe ich Karteikarten. Datenschutzgesetz anwendbar oder nicht? Anwendbar. Gut, das ist ein größerer Teil. Eine Datenbank mit Landschaftsbildern. Datenschutzgesetz anwendbar. Das ist wieder der gleiche Teil wie vorhin, okay. Ein Blog. Datenschutzgesetz anwendbar. Ein ähnlicher Teil, aber weniger, okay. Der Inhalt einer Website. Anwendbar. Datenbank mit Kreditkartennummern. Anwendbar. Gut. Die Sache ist relativ einfach. Das Datenschutzgesetz, ich löse das dann gleich auf. Das Datenschutzgesetz hat einen Geltungsbereich. Dieser Geltungsbereich bezieht sich auf direkt und indirekt personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten bedeutet, wann immer ein Individuum, eine Person, eine juristische oder natürliche Person, also Sie, ich oder auch eine GmbH, dort konkret identifizierbar ist. Wenn sie konkret direkt identifizierbar ist, sprich Name, Adresse, Geburtsdatum, habe ich direkt personenbezogene Daten. Indirekt personenbezogene Daten habe ich dann, wenn ich mit rechtlichen Mitteln, ich zwar nicht feststellen kann, wer das ist, aber ein anderer es feststellen kann. Kassisches Beispiel hierfür ist die IP-Adresse. IP-Adresse ist indirekt personenbezogenes Datum. Ist nicht ganz unwesentlich. Das Gesetz unterscheidet man zwischen nicht-sensiblen und sensiblen Daten. Das brauchen wir jetzt nicht. Sensiblen Daten sind Krankheit, religiöse Einstellung, sexuelle Orientierung, so in die Richtung. Nicht-sensiblen Daten sind im Wesentlichen alle anderen Daten. Aber das soll uns jetzt hier nicht weiter stressen. Gut. Das Beispiel von vorhin. Datenbank mit Geschäftsbriefen. Ein guter Moment. Nein, ich löse es dann anschließend auf. Das ist, glaube ich, spannender. Wie ich bereits gesagt habe, es gibt im Datenschutzgesetz drei verschiedene handelnde Personen. Es gibt einmal den Betroffenen. Das ist der Einfachste, dass sich der, dass in Daten verarbeitet werden. Dann gibt es noch den Auftraggeber. Der Auftraggeber ist derjenige, der datenschutzrechtliche Auftraggeber ist derjenige, der für sich alleine oder gemeinsam mit einem anderen beschließt, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Gut. Hört sich ganz technisch kompliziert an. Ist in Wirklichkeit ganz einfach. Wann immer ich hergehe, ich für mich beschließe, ich möchte gerne Daten von einem anderen, nicht von mir selbst, sondern von einem anderen speichern, vergleichen, erfassen, modifizieren, verarbeiten in irgendeiner Art und Weise oder auch nur an einen Dritten zu übersenden, bin ich Auftraggeber im Sinne des Datenschutzgesetzes. Diese Frage ist nicht immer ganz leicht zu beantworten. Nämlich in der Abgrenzung zum sogenannten Dienstleister. Der Dienstleister ist derjenige, der für einen Auftraggeber Daten verarbeitet. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie sind ein Unternehmen, machen wir was Griffiges, ein Kreditauskunftsunternehmer. Die sind wohl datenschutzrechtliche Auftraggeber. Der hat bei sich im Keller einen Server stehen. In dem Server werden einfach von uns allen Daten gespeichert. Wann immer ich irgendetwas nicht zahlen kann, wann immer ich irgendwo einen Kredit aufnehme, wann immer ich eine Mahnung erhalte von einem Inkasso-Institut, werden die Daten dort eingelagert und gespeichert. Gut. Er ist datenschutzrechtlicher Auftraggeber. Er verarbeitet die Daten selbst. Sein Server steht im Keller. Er hat dort eine riesen Datenbank. Er verarbeitet diese Daten. Das ist sein eigenes. Er ist alleine Auftraggeber. Alles kein Thema. Heutzutage ist es aber so, dass, und deswegen sind wir jetzt auch beim Thema Cloud Computing hier, heute ist es aber so, dass viele Unternehmen sagen, ich leiste mir selbst nicht die Infrastruktur. Oder, das ist dann der klassische Rechenzentrumsbetrieb, oder ich habe das Bedürfnis, dass ich die Daten einem großen Kreis von Personen zur Verfügung stelle. Ich möchte sie verteilen. Ich möchte sie in der Cloud speichern. Ich sage einmal, der Jurist in mir, was immer das zu bedeuten mag. Dann haben wir hier schon einen Dienstleister. Ich definiere jetzt einmal für mich und für diesen Vortrag. Cloud Computing ist im Endeffekt nichts anderes als eine besondere Form eines Rechenzentrumsbetriebs. Das heißt, ich bin ein Unternehmer, ich habe ein Rechenzentrum, oder ich habe mehrere Rechenzentren, wo ich Daten drinnen speichere. Der Dienstleister ist dann derjenige, der die Daten für einen anderen speichert, verarbeitet, übermittelt oder ähnliches. Das bedeutet, ich als Kreditauskunftsunternehmer sage, ich möchte mir nicht selbst einen Server in den Keller stellen, sondern ich gehe einfach zu einem Dritten hin. Wer soll das für mich machen? Das Besondere ist jetzt, dass dieser Dienstleister rein nur auf Basis der Anweisungen des Auftraggebers tätig werden kann. Warum ist diese Abgrenzung problematisch? Weil Dienstleister, sagen wir es mal so, gelegentlich auf die Idee kommen, mit den Daten auch noch etwas anderes zu machen. Dann ist er eigentlich kein Dienstleister mehr. Das hat aber haftungstechnisch einen ganz besonderen Grund und eine ganz besondere Auswirkung. Weil, wenn der Dienstleister, der klassische Dienstleister einen Fehler macht, haftet der Auftraggeber. Wenn der Dienstleister auf einmal zum Auftraggeber wird, haftet der ursprüngliche Auftraggeber auf einmal nicht mehr. Ich erkläre es dann später noch einmal, warum das unter Umständen ein Thema sein kann. Im Wesentlichen geht es dann weiter, dass das Datenschutzgesetz auch noch überhaupt definiert, gewisse Bereiche, wovon reden wir überhaupt. Jetzt haben wir direkt personenbezogene Daten, die werden in einer Partei gespeichert. Das hört sich technisch an, ist aber tatsächlich ein juristischer Fachjahrmini. Der heißt nichts anderes, die Speicherung von Daten in einer Datei bedeutet, dass die Daten, die personenbezogenen Daten, nach irgendeinem Kriterium durchsuchbar sind. Bedeutet für den vorhin genannten Fall, einer Datenbank mit Geschäftsbriefen. Wenn ich dort nach einem Kriterium durchsuchen kann, habe ich bereits eine Datei im Sinne des Datenschutzgesetzes. Heißt, wenn Sie Ihre Word-Dokumente einfach ablegen und diese durch Windows durchsuchen können, nach gewissen Kriterien, hätten Sie bereits eine Datei. Das bedeutet für Sie, selbst wenn Sie jetzt nicht die große Datenbank zu Hause betreiben und Sie ein Unternehmer sind, Sie sind ein Einzelunternehmer, Sie sind ein Programmierer oder Ähnliches und haben dort im Rahmen Ihres Geschäftsbetriebes ein Ablagesystem für Daten, dann sind Sie bereits datenschutzrechtlicher Auftraggeber, weil Sie verarbeiten nämlich Daten von einem Kritten. Wir hatten vorhin noch den Fall Datei mit Namen. Dort haben Sie ebenfalls das gleiche Problem. Sie haben eine Datei, wo einfach nur Namen untereinander geschrieben sind. Nachdem Sie die Suchfunktion heutzutage überall anwenden können, wird auch das nicht nur eine Datei im Sinne eines der Technik sein, sondern auch im Sinne des Datenschutzgesetzes. Karteikarten mit Adressen. Es gibt einen Sonderdatbestand, das war eine Fangfrage, die auch die umfassen würde. Das heißt, die sind ebenfalls eine... Dort kommt ebenfalls das Datenschutzgesetz zur Anwendung. Datenbank mit Landschaftsbildern. Wer glaubt, dass das noch immer etwas ist? Noch immer dem Datenschutzgesetz unterliegt? Niemand mehr, weil da ist nichts mit einer Person. Der Witz an der Geschichte ist, also die anwaltliche Praxis ist regelmäßig. Die Leute kommen zu mir und sagen, das war Verschlüsse gegen das Datenschutzgesetz. In dem Moment, wo ich personenbezogene Daten verarbeite, kann es gegen das Datenschutzgesetz verstoßen. Es muss immer ein Personenbezug herstellbar sein. Direkt oder indirekt. Eines von den beiden. Wenn ich eine Datei, wenn ich ein Logfile von einem Server anlege und dort IP-Adressen drinnen speichere, dann kommt darauf eigentlich das Datenschutzgesetz zur Anwendung. Dass ich dort quasi keinen Fall habe, der sofort... Dass ich dort quasi keinen praktischen Fall habe, wo das ein Problem darstellt, ist ein anderes Thema. Bitte. Ich würde jetzt ein Landschaftsbild haben. Wenn dort zum Beispiel mein Haus drauf ist und meine Adresse bekannt ist, wo das Haus steht, dann kommen Sie sich dann auch schon wieder da. Die Adresse ist gar nichts. Ich kann es nicht danach durchsuchen. Ich habe den Dateibegriff. Außer ich mache eine Bildersuche und ich kann auch anhand der Bildersuche tatsächlich dort mit einer OCR-Software kann ich inhaltlich abfragen. Da reden wir über etwas anderes. Da sage ich mal, möglich. Aber wenn ich einfach nur Landschaftsbilder mache, wo ein Haus abgebildet ist, unter Umständen auch Ihr Haus, wo aber weder der Name noch die Adresse noch sonst in dieser Bildung ist. Die Straße steht dort auf dem Haus runter, damit ist die Adresse dort. Kein Name. Das kann ich mir mal anders sagen. Die Adresse alleine ohne Name fällt raus. Alles klar. Bitte. Was ist, wenn in die Metadaten in meinem Foto in meinem Namen steht, dass ich das mache? Wäre wieder etwas anderes. Wäre wieder etwas anderes. Aber dann ist nicht derjenige, der das Thema abgebildet ist, sondern derjenige, der das Foto gemacht hat. Bitte. Aber nicht bei jedem. Nicht bei jedem. Aber die Adresse alleine, wenn ich nur Straße und Straße, Hausnummer und Postleitzahl hätte, wird alleine noch kein personenbezogenes Datum sein, weil ich keinen Personenbezug herstellen kann. Dort können auch zehn Personen leben. Das leidige Problem, was wir haben, ist, alles, was ich Ihnen heute hier berichte, ist furchtbar unscharf. Es gibt in Österreich ca. 20 oder 15 Judikate zum Thema Datenschutzgesetz. Da sind ein paar wirklich Spannende dabei. Dazu komme ich nachher gleich noch. Aber in Wirklichkeit, wie man das alles anwendet, dazu hat sich niemand etwas überlegt. Der österreichische Gesetzgeber hat im Wesentlichen nur die Richtlinie der EU abgeschrieben und die ist einfach mehr als unscharf. Also das ist alles ein bisschen schwammig. Gut. Wir waren bei der Blog. Der Blog ist auf einem Blog das Datenschutzgesetz anwendbar oder nicht? Das kann ich nur ein Schöder-Nümen abunternehmen. Wenn ich dort in meinem Blog eine Liste von Namen drinnen habe, dann wohl ja. Das Spannende ist, und das ist jetzt eines von dieser OGH-Akzeptation, von der ich gerade gesprochen habe. Der OGH hat gesagt, in einem Forum, bei einem Forum handelt es sich bei den einzelnen Forums-Einträgen um Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes, weil ich dort nämlich ein Pseudonym drüber habe, irgendeinen Username, der Forumsbetreiber im Hintergrund feststellen kann, welcher Person das zu ordnen ist. Und deswegen, das ist irgendwie komplett skurril, deswegen ist dort das Datenschutzgesetz anwendbar. Da konnte dann derjenige, der sich da irgendwie gestört dadurch fühlte, Widerspruch erheben, dann mussten diese Daten gelöscht werden. Passt aber vorne und hinten eigentlich nicht hin. Man kennt schon, der OGH ist irgendwie selbst etwas unsicher und eher der Bock im Garten. Gut, wir hatten dann noch den Inhalt einer Website, das hat sich, glaube ich, eh mittlerweile erledigt, und Datei, Datenbank mit Kreditkartennummern ist klarerweise ebenfalls das Datenschutzgesetz anwendbar. Das war eh klar. Das Datenschutzgesetz definiert noch etwas. Wenn ich Daten von mir verarbeitet haben möchte, Wenn nur die Kreditkartennummern aufstehen, ist es auch unendbar. Ja, nämlich deswegen, weil das Kreditkartenunternehmen der Kreditkartennummer eine konkrete Person zuordnen kann. Also das Fall unter Indirekte, oder? Bitte? Das Fall ist unter Indirekte, Personenbezogen. Indirekte, Personenbezogen. Das Problem ist, der Kreditkarte kann ich genau eine einzige Person zuordnen. Einer Adresse kann ich nicht eine Person automatisch zuordnen, außer sie leben dort alleine. Gut. Das Datenschutzgesetz definiert noch eine Zustimmungserklärung, die ist deswegen wichtig, weil ich nämlich als Betroffener, dazu kommen wir dann im Zuge des Cloud Computings auch noch, ich als Betroffener kann der Datenverarbeitung aktiv zustimmen. Bedeutet aber für den Einzelnen, ich muss genau wissen, welche Daten werden von mir verarbeitet und was wird genau von mir verarbeitet. Und was passiert mit den Daten? Wenn ich diese drei Dinge kenne und ich dann gefragt werde, möchte ich meine Daten wirklich verarbeitet haben, dann habe ich eine wirksame Zustimmung abgegeben zur Datenverarbeitung. Das ist wesentlich, gerade beim Cloud Computing, weil nämlich, ich gebe irgendeinem Dienstleister, sagen wir, ich bestelle bei Amazon irgendein Produkt, gebe Amazon meine Daten bekannt. Gut. Ich bin der Betroffene, Amazon ist der datenschutzrechtliche Auftraggeber. Ich gehe mal davon aus, dass Amazon seine eigenen Daten in der Amazon Cloud unter anderem auch speichert in irgendeiner Art und Weise. Vermuten wir mal. Ich sage ich, meine Daten werden von Amazon gespeichert, zum Zwecke der Abwicklung von meiner Bestellung. Und wo liegen die Daten? An wen kann ich mich wenden, wenn ich nicht damit einverstanden bin, dass meine Daten verarbeitet werden? Das ist die Quizfrage. Und das ist die Quizfrage vor allem bei... Wer ist das bekannt? Das ist bei Amazon. Das ist richtig. Erster Schritt. Erster Schritt, Amazon. Und Amazon sagt dann, die Daten liegen bei mir in der Cloud. Und dann sage ich, ich möchte gerne haben, dass die Daten gelöscht werden, aus welchen unerfülllichen Gründen auch immer, die Bestellung ist abgewickelt und ich habe Widerspruch erhoben. Da gibt es dann zahlreiche Dinge, die ganz lustig sind für einen Anwalt. Aber letztendlich habe ich keine Ahnung, was mit meinen Daten konkret passiert ist. Soweit ich weiß, meine letzte Amazon-Bestellung, die liegt jetzt drei Tage zurück, soweit ich weiß, klärt mich Amazon nicht auf, was mit meinen Daten alles passiert. Da müsste ich dann in der Datenschutzerklärung circa zehn Seiten lesen. Das habe ich zugegebenermaßen noch nie gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass du drinnen stehst, was die alles damit machen. Da wird dann drinnen stehen, wir machen Marketing, Zwecke, etc. So wie das alle großen Online-Händler machen. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wo meine Daten liegen. Ich hätte als Betroffener beispielsweise auch das Recht, dass ich sage, ich möchte gerne wissen, ob die alle Datensicherheitsmaßnahmen einhalten. Weiß ich nicht. Das ist das Thema beim Cloud-Computing. Ich speichere Daten in irgendeiner Art und Weise in einem Rechnerverbund. Ich habe keine Ahnung, wo die Daten liegen. Ich habe keine Ahnung, was mit den Daten passiert. Deswegen kann ich nur raten, wann immer Sie mit Cloud-Computing zu tun haben und wann immer Sie eine derartige Lösung implementieren müssen, denken Sie immer daran, diese Daten, oder der Betroffene, muss darüber informiert werden, dass die Daten in einer Cloud gespeichert werden, an wen die Daten übermittelt werden, wo die Daten gespeichert werden, was mit den Daten passiert, wie lange sie gespeichert werden, wann sie zu löschen sind. Gut. Letzter Punkt. Es gibt noch eine Definition, das ist bei Cloud-Computing unter Umständen relevant, sogenannte Informationsverbundsysteme. Informationsverbundsysteme bedeuten, dass mehrere Unternehmer, die für sich selbst Daten verarbeiten, Daten in einen Datenpool einkippen. Da gibt es eine konkrete Anwendung in Österreich, das ist die Kleinkreditevidenz der österreichischen Banken. Wann immer Sie bei einer Bank einen Kredit nehmen, nehmen die alle diese Daten und sagen, der Herr Mayer hat einen Kredit über 1000 Euro genommen und die kippen das dann in dieses System ein. Und da können dann alle anderen Banken darauf zugreifen und schauen, ob der Herr Mayer mit dem und dem Geburtsdatum und der Adresse etc. schon einmal einen Kredit genommen hat. Das kann beim Cloud-Computing unter Umständen ein Thema sein, weil die Frage ist nämlich immer, ob beim Cloud-Computing die Daten tatsächlich getrennt voneinander gespeichert werden. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass ich jetzt nicht sage, ich habe meinen eigenen Container, mein abgeschlossenes System, wo ich die Daten drinnen speichere, sondern theoretisch hat ein Dritter noch Zugriff auf diese Daten. Warum das ein Thema ist, dazu komme ich ein wenig später. Entschuldigung, bitte. Die Autohausversicherungen auch gingen unter einem Autohausmeldung und vorher schon? Ja, wobei, da gibt es glaube ich eine gesetzliche Ermächtigung, da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher, das müsste ich nachschauen. Aber da hat der Gesetzgeber gesagt, das hat aber einen anderen Grund, das erkläre ich Ihnen, das ist ein Spezialproblem. Gut. Die Frage ist jetzt, wenn ich Daten speichere. Man muss im Wesentlichen zwei Dinge unterscheiden. Das Datenschutzgesetz spricht von verarbeiten und übermitteln. Bedeutet, wenn ich Daten verarbeite, heißt speichern, vergleichen, sortieren, in irgendeiner Art und Weise bearbeiten. Davon ausgenommen ist allerdings das Übersenden der Daten an einen Dritten. Das nennt man Übermitteln. Das Besondere hierbei ist, dass wenn, wieder das Thema Cloud Computing, wenn der Auftraggeber die Daten an seinen Dienstleister schickt, damit der die Daten verarbeitet, habe ich keine Übermittlung. Wenn der Auftraggeber jedoch hergeht und sagt, ich schicke die Daten nicht an den Betroffenen, sondern an irgendeinen Dritten, beispielsweise an einen Marketingunternehmer, dann werden die Daten übermittelt. Das ist deswegen wichtig, wenn ich der Datenübermittlung als Betroffene zustimmen muss. Und zwar im Vorhinein. Sie hatten eine Frage. Okay. Das Besondere an dieser Geschichte mit dem Übermitteln ist aber auch, dass wenn die Daten für einen anderen Zweck verarbeitet werden, als sie ursprünglich erhoben wurden, habe ich ebenfalls bereits eine Übermittlung. Das heißt für Sie konkret, ich gehe her und bestelle bei Amazon irgendein Gerät. Amazon bekommt von mir das Recht, diese Daten zu verarbeiten, um meine Bestellung abzuwickeln. Das brauche ich nicht explizit zustimmen, sondern, das steht im Gesetz drinnen, wenn ich um eine zur Abwicklung eines Auftrags Daten erhalte, dann darf ich für die Abwicklung des Auftrags diese Daten auch verarbeiten. Jetzt geht aber Amazon her und sagt, naja, der hat bei mir gekauft eine Motorsäge. Und dann ist es doch eigentlich eine tolle Geschichte, wenn ich jetzt mit diesen Daten hergehe, weil ich nämlich jetzt nicht nur Motorsägen verkaufe, sondern auch irgendetwas anderes, na dann informiere ich doch den, wir gehen einmal davon aus, dass ich mit der Zustimmung von Werbepost etc. zugestimmt habe, dann informiere ich ihn jetzt darüber, dass er was ganz anderes von mir auch kriegt. Er kriegt jetzt von mir auch Angebote, weil wir jetzt Gummibärchen im Sortiment aufgenommen haben. Aber ursprünglich wollte ich dort eigentlich immer nur das eine kaufen und ich habe nur gewusst, dass Amazon ein bisschen nur Motorsägen verkauft hat und jetzt wollen die auf einmal den Geschäftszweig irgendwie ändern. Und das verkaufen wir auf einmal Versicherungen. Irgendwas total Abstruses, was mit der ursprünglichen Datenfarbe nichts zu tun hat. Selbst dort hätte ich bereits eine Übermittlung. Und selbst dort hätte ich bereits die Pflicht als Auftraggeber der Übermittlung zuzustimmen. Das bedeutet, 80 bis 90 Prozent der Unternehmen, bei denen sie im Internet in irgendeiner Art und Weise etwas kaufen, verstoßen wahrscheinlich gegen das Datenschutzgesetz. Weil es nimmt einfach niemand so genau. Das ist uns halt so. Ein bisschen wurscht. Heißt, für Sie in weiterer Folge, wenn Sie in irgendeiner Art und Weise Ihre Daten woher geben, lesen Sie sich genau durch, was mit diesen Daten passiert. Da muss klipp und klar drinnen stehen, was mit den Daten gemacht wird. Wenn dort drinnen steht, die Daten dürfen auch für Werbezwecke verwendet werden, dann muss dort, wenn man es genau nimmt, auch drinnen stehen, an welches Werbeunternehmen das weitergeleitet wird. Macht heutzutage niemand, sage ich Ihnen auch gleich. Die Auswirkung davon ist relativ gering. Ich sage Ihnen nur, dass das praktisch etwas ist, wo halt alle sich irgendwie durchlavieren und das in Wirklichkeit momentan niemandem interessiert, was mit den Daten letztendlich passiert. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Unternehmer hat traf eine Zustimmungserklärung eingeholt und er hat alles brav gemacht und er hat die Datenanwendung gemeldet etc. Dann kann er trotzdem nicht die Daten einfach so frisch-fröhlich verarbeiten, sondern gibt es dann diesen Katalog, Verwendung nach Treu und Glauben, das ist so die esoterische Wolke, die über allen drüber schwebt, festgelegte Zwecke, das ist das, von dem ich gerade gesagt habe, wenn ich Daten für einen gewissen Zweck verarbeite, darf ich sie nicht für einen anderen Zweck verwenden. Zweck der Datenanwendung, ich darf nur den Zweck der Datenanwendung erfüllen und darf dann nicht konkret darüber hinausgehen. Die Daten müssen immer richtig gehalten werden von mir, und zwar vom Auftraggeber, der muss aktiv auch da hergehen und schauen, dass die Daten immer richtig sind, soweit es ihm zunutbar ist. Und die Aufbewahrungssteuer darf die Daten nur so lange behalten und so lange speichern, als das tatsächlich notwendig ist, für die Erfüllung der Zwecke, beziehungsweise um den Zweck der Datenanwendung zu erfüllen. Bedeutet, insbesondere der letzte Punkt, die Aufbewahrungsdauer, damit nimmt das auch niemand so genau. Bedeutet nämlich, gerade beim Cloud Computing, Sie wissen nicht, wo die Daten sind. Oftmals wissen das die Auftraggeber selbst nicht. Er speichert die Daten in die Cloud hinein, und er hat in Wirklichkeit keine Ahnung, wo diese Daten liegen, ob dort noch irgendwelche Kopien herumkrebsen, die irgendwie länger noch gespeichert werden, aus welchen unaufindlichen Gründen auch immer. Weswegen die Aufbewahrungsdauer, durch das ein Thema ist, womit sich Unternehmen, sagen wir mal, auseinandersetzen sollten. Gut. Das nächste mache ich jetzt ganz kurz nur. Da gibt es dann gewisse Prüfschema da, ob er das dann wirklich verarbeiten darf, Zulässigkeit der Datenverarbeitung, schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen, dürfen nicht verletzt werden. Und da gibt es dann noch gewisse Pflichten des Dienstleisters. Das ist jetzt wiederum der spannende Punkt. Wenn ich als Auftraggeber hergehe, und mir einen Dienstleister heranziehe, bin ich verpflichtet, und das ist etwas, das gibt es ganz, ganz selten, das wird ganz selten gemacht, bin ich verpflichtet, als Auftraggeber mit dem Dienstleister einen schriftlichen Vertrag zu schließen. Das ist einer der wenigen Fälle in Österreich, es gibt nur eine Handvoll, aber das ist einer der wenigen Fälle, wo ich verpflichtet bin, einen schriftlichen Vertrag abzuschließen. Bedeutet, ich gehe her als Unternehmer und sage, ich möchte gerne meine Daten in einer Cloud speichern, Microsoft von mir aus, dann gehe ich dort her, dann muss ich mit denen einen schriftlichen Vertrag schließen. In diesem schriftlichen Vertrag muss dringend stehen, dass ich als Auftraggeber immer nachschauen darf, ob die Datensicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Soweit ich weiß, schließen das die meisten aus, was unzulässig ist. Ich habe die Pflicht, dass ich die Daten nach der Verarbeitung lösche, als Dienstleister. Oder ich zumindest mit dem Auftraggeber vereinbare, was mit den Daten zu passieren hat, sie ihm zurückgebe, lösche, vernichte, oder was auch immer. Weiters muss schriftlich festgehalten werden, dass ich, wenn ein Löschungs- oder Richtigstellungsbegehren an den Dienstleister herangetragen wird, was dann in diesem Fall passiert. Ich kann als Betroffener hergehen und kann sagen, ich weiß, liebe Microsoft-Leute, ihr speichert von mir Daten. Nämlich für das Unternehmen XY. Ich möchte gerne von euch eine Auskunft haben, welche Daten ihr von mir speichert. Das wird Microsoft vermutlich etwas überfordern, weil ich vermutlich ein oder zwei Unternehmer haben, für die sie die Daten verarbeiten. Die können das schlicht nicht wissen, weil sie vielleicht keinen Zugriff haben oder weil sie schon Zugriff haben. Die müssen dann hergehen und müssen dann diesen Antrag von mir weiterleiten an den jeweiligen Dienstleister und der muss das dann bearbeiten. Wärtige Dinge müssen schriftlich festgehalten werden. Was machen viele Dienstleister zwar schon, dass sie einen schriftlichen Vertrag anbieten, ob er dann tatsächlich abgeschlossen wird, ist ein Thema und ob dieser Vertrag dann tatsächlich den Kriterien des Datenschutzgesetzes entspricht, stellt sich die Frage. Und jetzt kommen wir nämlich zum spannendsten Punkt. Das habe ich bereits vorhin beantwortet. Zulässigkeit der Überlassung an einen Dienstleister ist natürlich gegeben. Ich darf das machen. Aber wir kommen jetzt zum spannendsten Punkt. Datensicherheitsmaßnahmen. Datensicherheitsmaßnahmen ist deswegen ein großes Thema, weil das Gesetz nämlich vorsieht, dass der Auftraggeber Datensicherheitsmaßnahmen ergreifen muss. Und wenn der Auftraggeber sich eines Dienstleisters bedient, dann ist er verpflichtet, dass diese Datensicherheitsmaßnahmen, die er eigentlich selbst erfüllen müsste, vom Dienstleister erfüllt werden. Gut. Das Gesetz sagt, es muss eine Abwägung vorgenommen werden zwischen Sensibilität und Menge der verarbeiteten Daten auf der einen Seite auf der anderen Seite Kosten von Datensicherheitsmaßnahmen und an der dritten Seite Zumutbarkeit zum Ergreifen von Datensicherheitsmaßnahmen. Das ist so ein bewegliches System. Wenn ich jetzt beispielsweise hergehe und mir vor eineinhalb Jahren angesehen habe, wie durch die Zeitungen gegangen ist, dass bei der GIS, ich weiß nicht, 100.000 Datensätze gestohlen worden sind, stellt sich mir die Frage, wurden dort alle Datensicherheitsmaßnahmen eingehalten? Ich behaupte einmal nein, weil die Lücke, soweit ich das weiß, die damals ausgenutzt wurde, bereits seit 10 Jahren bekannt war. Das war, soweit ich mich erinnern kann, eine SQL-Injection. Das ist plate. Das wirklich lustige an der Geschichte ist, Datensicherheitsmaßnahmen, wenn ich die nicht ordnungsgemäß ergreife, könnte ich eine Verwaltungsstrafe bekommen, von der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde. Soweit ich aber weiß, wurde die in Österreich noch nie verhängt. Hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, dass die Bezirksverwaltungsbehörden einfach mit dem gesamten Gesetz einfach gänzlich überfordert sind. Strafen kommen wir nachher zum Schluss noch einmal. Gut, Datensicherheitsmaßnahmen. Heißt, Microsoft wird hergehen müssen und wenn die Hunderttausende von Daten speichern, unter Umständen auch sensible Daten speichern, sprich Krankendaten, weil irgendein Arzt auf die wahnwitzige Idee kommt, dass er seine Patientenakten über Office 365 speichert, wird Microsoft dementsprechende Datensicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen. Fertige Unternehmer gehen aber oftmals her und sagen, uns ist es weitestgehend, wir können da nicht haften und die schließen wir von vornherein die Haftung in irgendeiner Art und Weise aus. Je größer das Unternehmen, desto mehr Haftung wird ausgeschlossen. Das ist faktisch das Problem. Datensicherheitsmaßnahmen werden heutzutage einfach, gerade im Cloud Computing, eher sehr zurückhaltend angewandt. Was man auch daran sieht, dass es regelmäßig Attacken gibt. Ich denke da an den Hack von Sony, der vor einigen Jahren stattgefunden hat. Ich sage einmal, je größer das Unternehmen und desto mehr sorgt man heute und es wird hoffentlich nichts passieren in irgendeiner Art und Weise. Es hat jetzt unendlichst einen Fall gegeben, da wurde angeblich ein Partner von einem großen Elektronikkonzern, von einem großen japanischen Elektronikkonzern gehackt, weswegen die dann hergegangen sind und dann gesagt haben, sie wollen die Daten von allen ihren Partnern haben, damit sie wissen, wenn dort wieder ein Hack passiert, ob da Datensicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden, das hat sich im anderen Zug aber nicht interessiert. was dann auch wieder sehr spannend ist, wo die eigentliche Priorität liegt. Ein Punkt noch, Datengeheimnis. Wir haben die Pflicht, dass alle Mitarbeiter, die mit den Daten zu tun haben, die müssen zum Datengeheimnis verpflichtet werden. Steht üblicherweise in einem Dienstvertrag drinnen. Das ist etwas, das hat sich mittlerweile eingebürgert und das ist heutzutage weniger das Thema. Gut. Wenn er verurteilt wird. Sonst nicht. Es gibt keine Evidenz-Datenbank für derartige Fälle. Da würden auch, aus meiner Erfahrung heraus, da würden auch die Rechnerkapazitäten sehr rasch an ihre Limitstoße. Was ist das? Probleme beim Cloud Computing. Speicherort. Speicherort ist wichtig. Speicherort ist ganz, ganz wichtig. Aus folgendem Grund. Das Datenschutzgesetz, jetzt habe ich Ihnen ganz viel Zeit zum Thema, wo die Daten gespeichert werden und was mit diesen Daten gemacht werden darf und wie die damit umgehen müssen etc. Aber, ich als Betroffener möchte ja noch immer eine Hoheit über meine Daten haben. Der europäische Gesetzgeber hat hierzu sich gedacht, naja, dann machen wir das ganz einfach so. Die Daten dürfen einfach nur dort gespeichert werden, wo wir auch wissen, dass das Datenschutzniveau gehalten wird. Bedeutet, innerhalb der EU. Das heißt, ich darf innerhalb der EU die Daten beliebig verschieben. Ich kann ein Rechenzentrum in Frankreich haben, kann meine Daten dort speichern und das ist alles kein Thema. Das nennt man genehmigungsfreie Übermittlung ins EU-Ausland. Gut. Das ist toll. Dann haben wir große Cloud-Anbieter. Die haben dann das Rechenzentrum in Europa, in Asien, in den Staaten, Südamerika oder wo auch immer, Indien. Und ich sage mal, das Datenschutzniveau, machen wir was Einfaches, das Datenschutzniveau in den Vereinigten Staaten ist heute mal nicht so präquenzt. Bedeutet es für mich, ich als Betroffener kann, wenn die Daten in den Vereinigten Staaten gespeichert werden, dort eigentlich nicht durchsetzen, weil wie will ich das machen? Ich kann das österreichische Unternehmen, das die Daten in das System eingepflegt hat, die kann ich klagen, auf Unterlassung und was, was alles, und gehe her und sage, Leute, ich möchte gerne haben, dass diese Daten gelöscht werden. Letztendlich aber, wenn die sagen, nein, die führen wir es nicht, da kriege ich vielleicht einen Titel auch noch, ich kann es nicht exekutieren, ich kann es nicht durchsetzen, ich habe einfach keine Möglichkeit, dass ich das nicht in der Art und Weise durchsetze. Jetzt ist die EU hergegangen und habe gesagt, wenn Daten ins Ausland übermittelt werden, nämlich ins Ausland außerhalb der EU, dann nur unter der Voraussetzung, dass das Datenschutzniveau dort genauso hoch ist wie innerhalb der EU. Es gibt, glaube ich, zwei Staaten, die das momentan erfüllen. Das ist irgendein südamerikanischer Staat, weiß ich, das kann man vergessen. Das kommt praktisch nicht vor. Wenn ich jetzt hergegangen sage, ich schicke jetzt meine Daten in die Microsoft Cloud beispielsweise, müsste ich eigentlich von Microsoft verlangen, dass die mir garantieren, dass meine Daten, die ich dort einspeichere, ausschließlich innerhalb der Europäischen Union gespeichert werden. Wer glaubt, dass das geht? Patriot Act, komme ich gleich dazu. Patriot Act ist nur eine ganz eigene lustige Geschichte. Gut. Datensicherheit habe ich vorhin schon erklärt. Zugriff Dritter. Beim Cloud Computing muss sichergestellt werden, dass ein Dritter keinen Zugriff auf diese Daten bekommt. Das heißt nicht nur, dass ich als Cloud Dienstleister, sprich ich als Unternehmer, der Cloud Dienstleistungen anbietet, garantiere, dass nur derjenige, der die Daten hineinschickt, Zugriff hat, sondern auch, dass die verschiedensten Kunden, die ich habe, untereinander sicherlich komplett abgegrenzt sind. Das ist bei Cloud Computing unter Umständen ein Problem, weil es kann eventuell vorkommen, das halt dann irgendwie ein Bug ist und dann hat man halt auf einmal einen Zugriff auf einen fremden Speicherort. Kann theoretisch sein. Normalerweise müssten die das garantieren, dass das garantiert niemals passiert. Zugriff Dritter ist auch als folgenden Grund. Datensicherheit habe ich schon geklebt. Ich habe eine Zwischenfrage und ich weiß auch, ob es eine abstruse Idee ist, aber die Bezeichnung Ort, so im Sinne von physikalischem Ort, passt da ja irgendwie eigentlich nicht auf den Daten. Das ist aber... Auch wenn Microsoft sagen würde, alles was wir da in dem ersten Office 365 haben, ist nur in Europa, wäre es ja trotzdem von Amerika aus erreichbar. Komme ich gleich dazu. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, juristisch oder die Überlegung zu sagen, das bezieht sich eher auf Orte im Sinne von URLs, also Dateiporten oder so etwas? Es geht hier klar um den physischen Ort der Speicherung. Aber der ist ja irrelevant, woher wir da haben. Naja, er muss innerhalb der EU liegen. Ja, aber wenn er in der EU liegt und da ist man außerhalb der EU zugänglich, ist das eigentlich auch egal. Das ist wieder ein anderes Thema. Das ist die Frage dank Zugriff Dritter. Aber der Speicherort, ich meine, man darf nicht vergessen, die ursprüngliche Richtlinie stammt aus dem Jahr 97, glaube ich. 95, Entschuldigung, da war das alles noch kein Thema, da war das alles noch nicht einmal eine Überlegung von irgendeinem Techniker richtig. Man muss sich daran gewöhnen, dass der Gesetzgeber immer hinten nachhinkt. So. Wie viele Jahrzehnte? Also, in der aktuellen Novelle, die geplant ist, ist dieses Thema, wird ignoriert. Also das heißt, wir haben jetzt 2013, reden wir mal, 2020 oder so weiter. Weil die Novellen sind da immer etwas langsam. So. Ich komme jetzt aber zum Ende. Zugriff Dritter. Da, was ich ja glaube ich schon erklärt, Zugriff Dritter ist ganz wesentlich, weil nämlich US Patriot Act heißt, die Vereinigten Staaten haben das Recht, dass sie auf Daten zugreifen können, sofern in irgendeiner Art und Weise ein Amerika-Bezug hergestellt wird. Die Amerikaner haben, es steht auf Weltpolizei oder als Weltpolizei auch, ist natürlich eine tolle Geschichte, die sagen, ein amerikanisches Unternehmen ist beteiligt, sagen wir Microsoft, wir wollen dann einfach auf die Daten zugreifen. Das Spannende an dieser Geschichte ist, das juristisch Spannende an dieser Geschichte ist, dass es circa im 6-Monats-Takt in der Literatur ein Hin- und Herschwanken gibt, ob das jetzt problematisch ist oder nicht problematisch ist, aus datenschutzrechtlicher Sicht. Wir haben das Problem schlicht nicht gelöst. Wir Juristen sind einfach komplett hinten nach. Hängt damit zusammen, dass das amerikanische Rechtssystem einfach grundsätzlich anders funktioniert, als das europäische. In irgendeiner Art und Weise versuchen die schon ein datenschutzrechtliches Niveau zu erreichen, was aber mit einem europäischen in keiner Art und Weise vergleichbar ist. Also in dem Koran von Amazon kann ich schon bedächtig sein wie USA? Theoretisch ja. Theoretisch ja. Praktisch werden sie wahrscheinlich in der Menge gut anonym sein. Die Europäische Union hat ausnahmsweise einmal erkannt, dass es hier ein Problem geben kann. Und hat dazu ein sogenanntes Safe Harbor Abkommen mit den Vereinigten Staaten abgeschlossen. Das Safe Harbor Abkommen sagt nichts anderes als Unternehmen in den Staaten, amerikanische Unternehmen verpflichten sich, dass sie ein europäisches Datenschutzniveau gewährleisten. Da gibt es eine Liste, die kann man auch im Internet abrufen und kann im Internet auch nachfragen, welche Unternehmen da dabei sind. Und wenn ich dann dieses Unternehmen als Europäer anschreibe, dann sollten die auch europäischen Datenschutz gewährleisten können. Ich sage immer, ich möchte die Löschung haben, dann prüfen die das, so wie das europäische Unternehmen tun würden und löschen dann faktisch. Diese beiden Dinge zusammen sind ansatzweise theoretisch eine Lösung. Soweit ich weiß, ist Microsoft beim Safe Harbor dabei, löst aber noch nicht das Problem zum Thema US Patriot Act. Wenn die amerikanische Regierung dann hergeht und sagt, nein, ich möchte nicht wissen, was der Dörfler alles bei Amazon bestellt hat, für Unkrautvernichter und für Staubzucker. Gut. Der große Ruckzeug wird dann den Ausschlag machen. Gut. Ganz kurz am Ende Rechtsfolgen, dann bin ich nämlich wirklich fertig. Zivilrechtlich Schadenersatz ist ein ganz großes Thema. Kann furchtbar teuer werden für Unternehmen. Verwaltungsstrafrechtlich Strafen bis zu 25.000 Euro. Ich sage mal, das sucht große Unternehmen gar nicht. Man ist gerade dabei, dass man das in irgendeiner Art und Weise an Umsätze anpasst. Hängt damit zusammen, dass 25.000 Euro für eine Verletzung von irgendwelchen Datenschutzrechten ist irgendwie. Aber die vorwaltungsvollen Geschichten gelten für den jeden Tag der Datenschutzverletzung. Das heißt, die müssen jeden Tag bis zu 50.000 Euro ausmachen. Ja, gut. 300 mal 25 sind gut. Microsoft laucht nicht einmal drüber. Wie hoch war die letzte Strafe, die sie bekommen haben? 1,5 Milliarden? Ich sage mal, denen ist das vollkommen wurscht. Wenn da irgendein österreichisches Unternehmen und was tut denen, ist das egal. Strafrechtlich gesehen haben wir fast ausschließlich kein Thema. Theoretisch könnte man auch eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bekommen. Das ist faktisch aber nie ein Thema. Wirklich teuer wird es nur zivilrechtlich Schadenshaltsansprüche. Das kann unter Umständen unangenehm werden. Wenn ich 100.000 User habe, die dann sagen, ich muss mir auf einmal eine neue Kreditkarte besorgen und ich muss alle Leute anschreiben und die wollen dann alle anschauen, was sie haben. Das kann sich dann sehr rasch summieren. Praktisch passiert aber irgendwie auch nie was, weil selbst bei der GIS beim GIS-Datendiebstahl war es soweit ich das informiert bin, haben sich die wenigsten darüber beschwert, dass auf einmal ihre Kontodaten an Dritte weitergegeben wurden. Aber meine Güte, Kontonummer ist eh kein Thema. Dankeschön.